Ein wunderschönes Hallo, meine Lieben, humanistische und noch bürokratische Grüße. Ja, wir haben ja schon mal über das Steuersystem gesprochen und ich habe ja letztens auch den finanzpolitischen Sprecher der SPD im Interview gehabt. Beide Videos findet ihr in der Infobox. Und heute soll es nochmal darum gehen, warum überhaupt eine Steuerreform, warum ist unser Steuersystem eigentlich so aus meiner Sicht nicht effektiv, nicht effizient und nicht vernünftig. Weil der Lothar Binding von der SPD, mit dem ich letztens gesprochen habe, der hat zu Recht natürlich auch kritisiert, okay, wie könnte man das denn umsetzen. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen in dem kurzen Video, um nochmal das Steuersystem, die Umsetzung einfach, gerecht, digital und nachhaltig, dieser Aspekt. Und der geht natürlich auch ein Stück weit zurück auf die Überlegungen dieser beiden Herren, Guido Westerwelle und Friedrich Merz, Guido Westerwelle, der leider schon verstorben ist, mit dem damals dem Slogan, ein niedrigeres, einfacheres, gerechteres und faireres Steuersystem, womit die FDP auch sehr viele Wählerstimmen gewinnen konnte. Leider hat sie davon sehr, sehr wenig umgesetzt. Und Friedrich Merz, dem ein oder anderen bekannt, natürlich mit dem Bierdeckel. Und das Ganze ein Stück weit natürlich ergänzt mit meinen Überlegungen, Ideen zum Thema und einem Nachhaltigkeitsmodell im Steuersystem und einem Ehrenamtsmodell, was ich euch jetzt kurz vorstellen werde. Und ja, viel Spaß. Ja, der Kerngedanke ist natürlich, warum soll ich überhaupt irgendwas ändern? Wir haben ja auch ein System, das funktioniert. Und die Menschen neigen ja auch oft dazu, bestehende Strukturen nicht so einfach zu ändern. Vielleicht erst, wenn der Handlungsdruck sehr groß ist, sieht man ja in Corona-Zeiten, wo man wieder neu über Digitalisierung nachdenkt. Aber das ist nur am Rande. Ja, warum soll man das Steuersystem ändern? Und da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht und der Bund der Deutschen Steuerzahler hat zum Beispiel erhoben, dass die Bearbeitungszeit der Finanzämter bundesweit, also mit allen Ländern, im Vergleich circa 50 Tage dauert. Hinzu habe ich bei mir mal die Bearbeitungszeit grob überschlagen. Also alles mit, ich richte die Software ein, ich installiere den ganzen Kram, ich füge meine Daten ein, ich lege einen Account an, ich beschaffe aber auch die ganzen Belege, habe irgendwie eine Übersicht, was ich vielleicht absetzen kann etc. pp. Und bin so roundabout auf 10 Stunden Lebenszeit gekommen, die ich damit verbringe, mit der ich mich mit dem Scheiß beschäftigen muss. Und habe das mal so ein bisschen überschlagen. So, weiterhin habe ich gefunden, dass es deutschlandweit 500, über 500 Finanzämter und Behörden gibt mit circa 100.000 Personen, die sich mit diesem Thema Steuerrecht, der Abwicklung, der Verwaltung, alles was dazu gehört, auseinandersetzt. Und das ist schon ziemlich, ziemlich große Anzahl von Menschen, von kognitiven und personellen Ressourcen, die dort aufgewendet werden für ein System, was man meiner Meinung nach sehr viel einfacher gestalten könnte. Ebenso gibt es fast 100.000 Mitglieder in der Steuerberaterkammer. Also da müssen die sich registrieren, wenn ihr zum Beispiel Steuerfachangestellter seid und habt irgendwie ein Ein-Mann-Unternehmen oder ihr seid Steueranwalt. Und die haben auch nochmal 100.000 Mitglieder, die dort als Steuerkanzleien oder und oder Einzelpersonen registriert sind, die sich auch wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt, die für Unternehmen die Steuererklärung macht oder vielleicht auch für einzelne Personen nach Schlupflöchern sucht, etc. pp. Ebenso dazu natürlich noch fast 1.000 Lohnsteuerhilfevereine, die natürlich für die ganz normalen Arbeitnehmer zuständig sind und sich um deren Steuererklärung kümmern. Und jeder Lohnsteuerhilfeverein hat natürlich auch wieder, weiß ich nicht, wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 Angestellte, die sich damit beschäftigen. Hinzu kommt so ein bisschen indirekt noch der Faktor von Arbeitnehmern, die schon in einem Unternehmen arbeiten und wahrscheinlich Vorarbeiten machen für dann den Steuerberater. Also das ist so ein Wert, den man gar nicht so einfach bemessen kann. Ja, weitere Punkte wären, dass es 2018 gab es fast 60.000 Straftaten, also Steuerstraftaten. Diese Zahl habe ich gefunden. Ebenso habt ihr als Einzelperson natürlich nicht nur den Aufwand, sondern es gibt auch nochmal indirekt ganz viele Firmen, die sich mit Software beschäftigen für eine Steuerbearbeitung bzw. dort Software programmieren, updaten und da hängt natürlich auch ein sehr großer Rattenschwanz dran. Weiterhin gibt es einen gewissen Papierverbrauch. Ihr müsst das, wenn ihr es nicht elektronisch übermittelt, druckt ihr es aus. Die Steuerbehörde druckt es vielleicht aus. Und da habe ich was gefunden, das umgerechnet verbraucht jeder, allein nur die Büroangestellten, so gut wie einen Baum pro Jahr. Und ich fand das auch schon ziemlich krass. Schweden als Vorbild meiner Recherche, dass das schon seit Jahren dort möglich ist, die Steuererklärung per SMS zu machen, beziehungsweise jetzt auch mit einer App. Da haben natürlich auch die Finanzämter sehr viel mehr Daten von den Menschen. Aber zusammengefasst finde ich, sollte der Staat schon ein Interesse daran haben, so ein Thema so einfach wie möglich zu machen. Und Schweden kann man in dem Fall als Vorbild nehmen, mit dem Ansatz, okay, ich brauche vielleicht maximal fünf Minuten dafür. Und dagegen steht halt aktuell ein System, was wir haben, was sehr ineffizient ist, was sehr aufwendig ist, was natürlich auch für die allermeisten Menschen, wenn ihr nicht deep in der Materie seid, einfach undurchsichtig ist und ihr es nicht verstehen könnt. Da kommt wieder so ein bisschen diese Idee rein, dass man seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen kann, also so rein gedanklich, um halt in ganz, ganz kurzer Zeit alles zu haben, Strich drunter zu machen und roundabout das zu haben, was man an Steuern zahlt. Nun hatte ich mir ja schon vorher, wie gesagt, Videos in der Infobox, Gedanken gemacht, wie das aussehen kann oder was der Maßstab sein sollte. Und hier nochmal die Kurzversion, also ein niedrigeres, einfaches, faireres, digitaleres und nachhaltiges Steuersystem. Ich denke, das ist definitiv möglich mit dem Ansatz einer Steuererklärung in fünf Minuten, entweder dann per App oder analog für Menschen, die halt noch keinen digitalen Zugang haben oder mit der Technik nicht klarkommen, immer noch die Möglichkeit zu bieten, zum Finanzamt hinzugehen. Dazu kommen drei Steuersätze, 10, 15, 20 Prozent, die Bindung der Steuerpflicht, weil also grundsätzlich finde ich das gut, dass es Steuern gibt, es wird ja auch viel damit gemacht, an die Staatsbürgerschaft die Bindung oder an den Lebens- und Arbeits- und Unternehmensmittelpunkt. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und da muss dann ein Stück weit entscheidend sein, wo ist der Arbeits- und Unternehmensmittelpunkt. Ebenso kommt ein Nachhaltigkeits- und Ehrenamtsmodell hinzu, also was dafür sorgen soll, dass die Leute belohnt werden, wenn sie sich engagieren, wenn sie etwas in die Gesellschaft reinführen, wenn sie Zeit investieren, zum Beispiel wenn sie sich sozial engagieren, wenn sie für alte Menschen da sind, in irgendwelchen Vereinen mitmachen und solche Dinge sollen sich dort in gewissen, in sogenannten Steuerboni, also Belohnung, niederschlagen. Weiterhin soll die Steuererklärung nur alle zwei Jahre gemacht werden und es soll keine Schlupflöcher-Ausnahmen geben bzw. andere Steuern. Und diese grundsätzliche Änderung, also diese Steuersätze beziehen sich dann erstmal bis 75.000 Euro Jahresgehalt, also das wäre in dem Fall brutto, mit einem Eingangssteuersatz von den 10%, dann ab 75 bis 125 und ab 125.020%. Das kann man natürlich individuell variieren. Man kann auch genauso gut sagen, ich mache ab 100.000 erst die 15%, aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um eine maximale Vereinfachung und dieses relativ oder recht einfache System natürlich noch mit einem Modell von Nachhaltigkeit, Ehrenamtssozialer Förderung oder auch einer innovativen Unternehmensförderung zu speisen, dass ich für bestimmte Sachen, ich engagiere mich im Fußballverein, ich habe eine Fahrgemeinschaft, ich baue selber irgendwie Gemüse an, ich habe einen Werkzeugverleih für andere Menschen und also dieses Projekt, diese Idee zum Beispiel Sharing Economy, all solche Sachen, die nachweislich der Umwelt, der Gesellschaft und dem Klima gut tun bzw. weniger schädlich sind, sollen Anreize in diesem Modell, sollen diese Anreize mit rein, um halt genau dieses Verhalten zu belohnen, zu fördern und Unternehmen auch zu belohnen, die wenig Energie verbrauchen oder die nachhaltige und innovative Ansätze haben. Und roundabout kommt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel, ihr verdient 50.000 brutto im Jahr, dann habt ihr erst mal 10%, also 5000 und je nachdem, wie viele Boni ihr habt, geht das dann prozentual natürlich runter. Also das ganz kurz meine Ansätze und Ideen, wie das wirklich konkret aussehen kann. Nun kann man ja die berechtigte Kritik bringen, ist das überhaupt realistisch? Und dazu habe ich mir auch noch ein paar Gedanken gemacht und ein paar Zahlenspiele hier euch mitgebracht. Und zwar haben wir ja in Deutschland 45 Millionen Menschen, die erwerbstätig sind und somit Steuern zahlen. Das unterscheidet sich nochmal in 30 Millionen, die Vollzeit tätig sind, roundabout und circa 15 Millionen, die Teilzeit tätig sind. Das habe ich dann kombiniert mit einem durchschnittlichen Brutto-Jahreseinkommen. Ich glaube, die Zahlen waren von 2019. Dazu kommen natürlich immer noch die Personen, die sehr, sehr viel schon Geld haben, Vermögen haben, beziehungsweise auch verdient. Das sind ungefähr 1,5 Millionen Personen mit mindestens einer Million Euro an Vermögen und so gesehen dann insgesamt circa 5 Billionen Euro. Zum Vergleich, die Staatsverschuldung hat roundabout 2 Billionen, also 2.000 Milliarden und diese 1,5 Millionen Personen haben insgesamt ein Vermögen von 5.000 Milliarden Euro. Dazu hat der Staat 2019 Gesamtsteuereinnahmen, also Bund, Länder, Gemeinden, also alle Steuern, egal ob Mehrwertsteuer, Grunderwerbssteuer, Hundesteuer, alles Mögliche, roundabout 800 Milliarden an Steuereinnahmen gemacht. Und dann, wie gesagt, ist ja die berechtigte Frage, wäre das denn mit deinem Modell dann überhaupt finanzierbar? Wenn wir uns dann die Steuereinnahmen anschauen, also die 800 Milliarden aus 2019 und das dann mal versuchen umzulegen, um zu gucken, kommen wir denn ansatzweise auf ähnliche Beträge. Und ich habe jetzt in der Rechnung einfach die 45 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Erwerbstätige, da sind ja auch Unternehmer mit drin, genommen und habe mich an dem erstmal Durchschnittsbruttolohn pro Jahr orientiert. Und dann habe ich natürlich laut meinem Ansatz 10 bis 20 Prozent, ich habe natürlich dann die goldene Mitte genommen, also 15 Prozent Steuern genommen auf das. Und dann komme ich auf einen Gesamtbetrag Steuereinnahmen pro Jahr, also nur von diesen 45 Millionen Erwerbstätigen und circa 337 Milliarden Euro an Steuern. Laut dem Modell. Dazu habe ich dann die Vermögenden genommen und habe überlegt, okay, wie könnte das ungefähr hinkommen? Also wir haben die 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens eine Million an Vermögen haben und ich, also da sind ja auch Milliardäre dabei, davon gibt es glaube ich 300, 400. Und ich bin dann ausgegangen, schon sehr konservativ, von einem Verdienst in dem Fall pro Jahr von einer Million. Also wir haben die 1,5 Millionen mal einem Verdienst von einer Million, also aus allen möglichen Sachen, egal ob das Vermietung, Verpachtung ist, Verkauf, Umsatzerlöse, alles Mögliche. Geht wirklich nur darum, was kommt am Jahresende raus und darauf lege ich dann die 20 Prozent in dem Fall, weil die haben ja über 100.000 in dem Fall oder über 125.000 pro Jahr und komme damit schon alleine auf 300, circa 300 Milliarden Euro. Das heißt mit den normalen Erwerbstätigen und den Reichen bis Superreichen, wohlgemerkt, der Spitzensteuersatz ist ja bei 42 Prozent aktuell. Mit den beiden zusammen komme ich schon auf 637 Milliarden. Also es ist schon gar nicht so weit entfernt von den 800 Milliarden Euro. Wenn ich jetzt noch zum Beispiel nur die einzige Steuer zu der Eingangssteuer hinzunehme, die Mehrwertsteuer, die hatte 2019 roundabout 183 Milliarden. Also alles, was ihr kauft, dann noch die Umsatzsteuer, die 19 Prozent und dann werden wir schon über den Betrag von den Gesamtsteuereinnahmen und Ländergemeinden von 2019 mit 800 Milliarden und zwar werden wir hier nach dem Modell Plus, das will ich ausdrücklich dazu sagen, bei 820 Milliarden. Also es geht nicht jetzt unbedingt eine Milliarde hin, eine Milliarde her, sondern wirklich die Frage, könnte dieses Modell realistisch sein? Und ganz kurz nochmal für die, die noch zweifeln, bitte versetzt euch einfach mal nur kurz da rein und lasst die Gedanken einfach mal zu, dass das möglich ist, dass man bestehende Strukturen auch aufbrechen kann, um Veränderungen zu schaffen, um was Neues, was Effektiveres, was Besseres, was für die Allgemeinheit gut ist, zu schaffen und lasst dieses Modell einfach mal zu. Denkt darüber nach, maximal fünf Minuten digital möglich. Ein Nachhaltigkeits- und Ehrenamtsmodell, was gesellschaftliches Engagement und nachhaltiges Verhalten sowohl bei Unternehmen als auch bei Einzelpersonen fördert und die Steuererklärung nur alle zwei Jahre. Da schwingt auch, da schwingen halt auch so viel, so viel indirekter Mehrwert für die Gesellschaft mit, was wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beziffern ist. Und genau dieser Mehrwert, den habe ich hier nochmal ein Stück weit in Vorteile zusammengefasst. Also durch diese große Steuerreform, natürlich wäre es eine große Steuerreform und Strukturen sind natürlich auch erstmal umzustellen. Das ist auch alles natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, natürlich. Aber im Endeffekt hat ein einfaches, faireres, gerechteres und nachhaltigeres Steuersystem sehr viele Vorteile. Wir haben eine maximale Vereinfachung für den Staat, Entbürokratisierung. Wir nutzen Digitalisierung, die Technologie, um effektiver, effizienter, schneller zu sein. Den Leuten zu sagen, hey, wir machen es euch als Staat so einfach wie möglich. In maximal fünf Minuten hast du deine Steuererklärung gemacht und du kannst noch etwas in die Gesellschaft hineingeben, einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, indem du dich engagierst, indem du nachhaltig denkst, nachhaltig arbeitest, als Unternehmer nachhaltig agierst und du hast so gesehen noch viel, viel mehr Zeit für andere wichtige Dinge im Leben, in der Gesellschaft. Und dazu kommen noch die ganzen Personen, die in anderen Bereichen mittlerweile tätig sind und sich nur um dieses Steuerthema drehen. Wie gesagt, wir haben das ja gesehen, 100.000 Leute, die allein in den Behörden arbeiten, im Finanzbereich, dazu noch die ganzen Steueranwälte, Steuerfachangestellte etc. pp. Und diese Leute, dieses Potenzial ist natürlich im Bildungsbereich, aber auch im Gesundheitsbereich oder bei den Gerichten meiner Meinung nach sehr viel besser aufgehoben. Also alle Bereiche profitieren durch diese Reform. Wir haben den Umweltaspekt, wir haben den menschlichen sozialen Aspekt, der Staat profitiert und die Unternehmer haben sehr viel mehr Möglichkeiten, auch durch kluges, unternehmerisches, nachhaltiges Handeln, sich einen Vorteil noch zu erarbeiten und mehr Boni zu erhalten, weniger Steuern zu bezahlen. Und wir haben so gesehen viel, viel mehr Ressourcen und können einmal dieses Steuerthema abhaken, es wirklich einfach, nachhaltig und gerecht machen. Und dann haben wir viel, viel mehr Zeit und Ressourcen für die wirklich wichtigen Probleme in unserer Gesellschaft. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Fragen, Kommentare, Feedback gerne unter das Video. Und falls ich komplett daneben liege mit meinen Ideen, bitte sagt mir das auch, falls das irgendwie, falls ich irgendwas nicht bedacht habe. Ich denke aber, es ist möglich, machbar und an der Zeit, dass man sich dieser Problematik widmet und dann ist das auch mal abgehakt und wir haben mehr Zeit für wichtige Dinge. Bis dann, ciao, ciao und humanistische Grüße.